Und gerade passen... Jo, Kevin, du hast was auf der linken Schulter. Sieht aus wie ein Fussel. Kannst ihn bitte wegmachen? Geed, und falls du jetzt gecheckt hast, ob da was ist, Joghurt je weit wird. Fuck. Also, mein Riecht ist auch noch so nach Zürich. Ja, die riecht aber auch immer noch nach Furz gerade in dem Raum. Ah. Ah, I see. Okay, also, falls ihr das Spiel nicht kennt, Dominik darf jetzt nur, und auch ihr gerne, dürften nur mit Ja oder Nein Fragen rausfinden, was es ist. Also, Dominik darf zum Beispiel sowas sagen wie, ähm, ist sie jung oder alt? Äh, äh, ja, moin. Perfekt, Digga. Perfekt, optimal, Bro. Oh, yo, yo. Ey, ey, ging, 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 ging. Lass ihn sprechen. Yo. Yo, Bro. Let's get up. Das war krass. Kratten wir aus dem VOD bitte raus. Ja, das wird irgendwo, irgendwo hochgeladen, Digga. Das war mega unangenehm, Bro. Hat nur Steinstrände, oder? Wenn wir Sandstrände wollen, ein bisschen... Oh.